Hallo, ich bin Elienix. In diesem Video zeige ich euch alle Weltkarten, die ich in meinem Spiel benutze. Also wie jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel Sanmai Shuno. Viel Spaß! Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, die Weltkarten in meinem Spiel sehen ein wenig anders aus als bei dir. Das liegt daran, dass die meisten Maps in meinem Spiel nicht von EA sind, sondern Fanmade. Also wie vieles andere auch in meinem Spiel sind auch das ganz einfach Mods. Falls du übrigens nicht wissen solltest, was Mods sind, wo du diese herbekommst oder wie du sie installierst, keine Panik. Ich habe dazu ein Video gemacht, in dem ich alles ganz genau und Schritt für Schritt erkläre. Das Video blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Der Grund für dieses Video ist übrigens, dass ich vor kurzem nagelneue Fanmade-Welten entdeckt habe, die ich einfach so unglaublich schön finde, dass ich sie auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Mittlerweile benutze ich nämlich die Weltkarten von zwei verschiedenen Creatoren. Und ja, diese beiden stelle ich dir jetzt hier in diesem Video vor. Dann los geht's! Hier ist nun die Website der Fanart-Maps, die ich bisher genutzt habe. Wie man sieht, das Projekt ist schon ein wenig älter. Das letzte Update war nämlich im September 2020. Diese Maps stammen von der Shayanen-Zusammenarbeit mit Noah Sims. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wie wir sehen, es ist nicht für jede Welt eine neue Karte verfügbar. Es fehlen zum Beispiel San Myshuno und Evergreen Harbour. Außerdem fehlen natürlich die neueren Welten, also es gibt Batuu nicht, Mount Comoraby nicht, Hanford & Bagley und Tartosa. Aber wie man auf diesen kleinen Bildern schon erkennen kann, es ist alles unglaublich detailreich und wunderschön. Ich benutze diese Maps jetzt schon seit einigen Jahren und bin wirklich begeistert. Aber ich zeige sie euch jetzt am besten gleich ingame. Ich zeige euch jetzt alle Fan-Mate-Karten und zum Vergleich vorher auch noch einmal, wie die Welt von EA her aussieht. Für Willow Creek würde es vom ersten Creator eine geben. Also eigentlich gibt es sogar drei verschiedene Optionen auf der Website. Season 1, 2 und 3. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert die bei mir nicht mehr. Und die endgültige Version ist auch noch immer in Progress. Also ja, dafür gibt es leider keiner. Weiter zur zweiten Welt des Basisspiels, Oasis Springs. Das ist Oasis Springs. Wusstest du übrigens schon, dass es einen geheimen Ort hier in Oasis Springs gibt? Diesen kann man über den Wüstenblütenpark erreichen. Dieser geheime Ort ist die Vergessene Grotte. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Und hier haben wir jetzt die erste Fan-Mate-Map. Wie man sieht, es ist einfach viel detailreicher. Also die ganzen Steine hier haben viel mehr Details und das Wasser. Und wie wir sehen können, wurden hier oben auch einige Häuser dazu gemalt. Es sieht so einfach viel realistischer aus und einfach viel bewohnter. Weil es sind nicht nur diese abgekapselten Häuser, sondern man sieht eben auch, dass rundherum etwas passiert. Und eine dritte Welt des Basisspiels gibt es ja noch. Und zwar Newcrest. Ja, mein Newcrest in diesem Spielstand ist leer. Hier haben wir jetzt die überarbeitete Version von Newcrest. Ja, Newcrest ist nicht unbedingt meine Lieblingswelt. Aber durch die paar kleinen Details, also einfach die schönen Bäume und die paar Häuser, die jetzt noch dazu gekommen sind, sieht das Ganze einfach schon viel lebendiger aus. Mit der Erweiterung an die Arbeit kam dann Manolia Promenade. Wie Newcrest ist auch das eine sehr, sehr kleine Welt und hat jetzt nicht unbedingt so viel zu bieten. Aber ich finde, auch diese wird durch die Details, einfach durch die Häuser und durch die Bäume um einiges mehr abgerundet. Besonders schön finde ich hier diesen Park. Ich meine, schade, dass man ihn nicht wirklich begehen kann, aber es sieht zumindest auf der Weltkarte schön aus. Und mit Zeit für Freunde kam dann Windenburg. So sieht das Windenburg von EA aus. Die neue Version von Windenburg ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Ich finde es wirklich so cool, was sie daraus gemacht haben. Also die ganzen Details hier beim Wasser und bei den Bäumen und dann da oben noch die Berge. Ich finde das wirklich unglaublich cool. Bei der Hunde- und Katzenerweiterung haben wir dann noch Brindleton Bay. Das ist das Brindleton Bay von EA. Und hier haben wir jetzt das neue Brindleton Bay. Ich finde, Brindleton Bay ist EA selbst schon sehr gut gelungen. Aber die ganzen Details mit den vielen Bäumen und dem Wasser. Und ich liebe es, dass die Creator so kleinere Details hinzugefügt haben. Also hier oben zum Beispiel die Ecke oder hier dieses verlassene Häuschen. Ich finde die Welt einfach unglaublich schön. Und dank Werderberühmt gibt es natürlich noch Delsol Valley. Ich finde, sie haben noch einmal mehr unterstrichen, was EA mit dieser Welt aussagen wollte. Also, dass wir hier eben die Häuser der Reichen haben und dann da unten eher die ärmeren Industrieviertel. Ich finde, Delsol Valley ist den Creator uns so gut gelungen. Mit der Strangerville-Erweiterung kam dann die gleichnamige Welt Strangerville. Von Strangerville gibt es zwei verschiedene Versionen von den Creatoren. Das ist sozusagen die helle Version. Die andere ist Dark Strangerville. Die zeige ich euch gleich. Diese Welt sieht jetzt einfach aus wie ein Kunstwerk. Also die ganzen Details hier in der Natur. Diese ganzen Gebirge und Straßen und Bäume. Ich nutze diese Version in meinem Spiel und ich bin wirklich zufrieden damit. Und hier haben wir jetzt Dark Strangerville. Ist mir persönlich ein wenig zu dunkel. Aber es sieht auch großartig aus. Und es ist natürlich Geschmackssache, ob man diese Version oder die hellere Version lieber in seinem Spiel hat. Durch Inselleben gibt es Sulani. Ich muss sagen, diese Welt ist auch von EA aus schon wirklich sehr, sehr schön. Aber auch hier bin ich wirklich begeistert von den ganzen Details, die eingebaut wurden. Also wenn man sich das hier jetzt genau ansieht, die ganzen Häuser und die Bäume und die Berge. Ich finde, es ist wirklich so gut gelungen. Dank Reich der Magie gibt es die magische Welt Glimmerbrook. Und auch die neue Version von Glimmerbrook ist einfach großartig. Ich meine, schaut euch diese ganzen Details an. Durch an die Uni gibt es Brightchester. Und Brightchester, ich glaube hierzu muss ich wirklich nicht viel sagen. Es spricht für sich selbst. Also die ganzen Häuser, die hier hinzugebaut wurden. Und ich finde auch super toll, dass am Bahngleis jetzt wirklich ein Zug zu sehen ist. Ja, großartig. Und dann gibt es natürlich noch Evergreen Harbor, Mount Comorraby und Hanford & Bagley. Aber ich habe ja schon vorhin gesagt, dass das Projekt mittlerweile leider still steht. Und deswegen gibt es auch zu diesen drei Welten leider keine Fan-Made-Maps. Und dann natürlich noch die Reisewelten. Hier habe ich leider nur Granite Falls. Und das ist eben Granite Falls von EA. Diese Reisewelt kommt natürlich durch Outdoor-Leben. Und hier haben wir jetzt Granite Falls. Also einfach atemberaubende Natur. Ich finde vor allem hier die Wasserfälle absolut großartig. Und dass sie noch mehr Bäume hinzugefügt haben, so wirken die Grundstücke noch viel versteckter. Für Batuu gibt es ohnehin keine Fan-Made-Map. Für Salvadorada würde es eine geben, aber ich habe leider die Dschungelabenteuer-Erweiterung nicht. Und das waren jetzt alle Fan-Made-Weltkarten, die ich bisher genutzt habe. Ich finde es unglaublich schade, dass das Projekt jetzt schon so lange still steht. Und ich hoffe, dass sie es wirklich bald weiterführt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja bald einmal ein neues Update. Aber wie zu Beginn des Videos schon angekündigt, habe ich vor kurzem nagelneue Fan-Made-Maps entdeckt. Und diese möchte ich euch jetzt auch noch vorstellen. Hier seht ihr jetzt die Pageant-Seite von 20th Century Plumper. Und wenn wir ganz nach unten schauen, dann sehen wir, dass er mit diesem Projekt nämlich erst am 3. Februar 2022 angefangen hat. Also wie gesagt, diese Maps sind wirklich nagelneu. Deshalb gibt es jetzt auch noch nicht so viele Maps, aber ich bin mir sicher, das wird sich bald ändern. Bisher gibt es die folgenden Maps kostenlos. Und zwar, es gibt Glimmerbrook, Brindleton Bay, Strangerville, Oasis Springs, Hanford-on-Barkley, San Myshuno, Teutosa und Minolia Promenade. Auch von Solani gibt es schon eine neue Version, die ist aber Early Access, also derzeit noch kostenpflichtig. Und deswegen habe ich diese jetzt noch nicht in meinem Spiel. Wie man hier an den Bildern schon erkennen kann, sind auch diese unglaublich detailreich. Ich zeige euch das jetzt gleich am Beispiel von Taltosa, weil diese Welt habe ich ja leider nicht in meinem Spiel. Und deswegen kann ich euch die anders nicht zeigen. Hier sehen wir eben das Map-Replacement von Taltosa. Der Creator hat auch immer zwei verschiedene Optionen. Und zwar hat er einmal immer die originale Version und einmal eine Version mit niedriger Settigorie. Ich habe von den Maps immer die originalen Versionen in meinem Spiel und die zeige ich euch jetzt gleich. Der zweite Creator hat von den drei Basisspielwelten leider erst eine überarbeitet, und zwar Oasis Springs. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie Oasis Springs von EA her aussieht. Hier sehen wir jetzt die neue Version von Oasis Springs. Und ich muss sagen, ich bin absolut beeindruckt. Ich meine, ihr seht euch mal die Details hier auf diesem Berg an und die Wüste im Hintergrund. Was ich außerdem noch super cool finde, dass jetzt mehr Straßen aus der Stadt hinausführen. Also wir sehen hier führt eine Straße hinaus und hier und hier drüben haben wir auch noch eine. Also man merkt durch diese Überarbeitung einfach, dass Oasis Springs nicht für sich alleine steht, sondern Teil einer Zivilisation ist. Und weiter geht es mit Manolia Promenade von der Erweiterung an die Arbeit. Das ist den Creatoren auch unglaublich gut gelungen. Allein hier das Wasser. Oder hier dieses Schiff. Sorry übrigens, dass genau hier mein Kopf im Weg ist, aber ich hoffe, ihr seht es trotzdem ein bisschen. Auch von Windenburg gibt es noch keine neue Version. Dafür hat dieser Creator aber Sanmai Shuno endlich überarbeitet. Hier sehen wir jetzt Sanmai Shuno von EA. Und hier haben wir jetzt die neue Version einer meiner Lieblingsstädte in die Sims 4, und zwar Sanmai Shuno. Und das ist mit Abstand die beste Überarbeitung, die ich je gesehen habe. Ich liebe alles daran. Ich liebe es, dass es Sanmai Shuno bei Nacht zeigt. Ich liebe, dass man die ganzen Lichter jetzt sieht und auch wo in den Hochhäusern noch jemand wach ist. Ich liebe die Details hier um den Park rundherum, Reklametafeln und auch diese Kombination aus Schärfe und Unschärfe. Also diese Version von Sanmai Shuno ist wirklich ein Meisterwerk. Auch von der Vampirwelt gibt es leider noch keine neue Version. Dafür aber von Brindleton Bay. Hier sehen wir noch einmal, wie Brindleton Bay vorher aussieht. Hierzu muss ich, glaube ich, nicht sonderlich viel sagen. Seht euch einfach die Details hier bei den Felsen an oder hier die Wellen oder die Wälder oder die Äcker da hinten. Ein Detail, das ich besonders daran liebe, dass man hier auch die Sonne sieht und die Sonnenstrahlen. Das finde ich einfach unglaublich schön. Von Delsal Valley gibt es auch noch keine neue Version. Dafür aber von Strangerville. Hier wieder Strangerville vorher. Wir haben hier wieder diese Kombination aus Unschärfe und Schärfe, dass es einfach die Stadt in den richtigen Fokus rückt. Und die ganzen Details und dann ein paar kleine Grünflächen. Ja, es sieht einfach großartig aus. Von Solane gibt es auch schon eine neue Version. Diese ist aber noch kostenpflichtig. Deswegen habe ich sie noch nicht in meinem Spiel. Auch von Glimmerbrook gibt es eine neue Version. Hier wieder, wie Glimmerbrook von EA gemacht aussieht. Was ich hier besonders cool finde, dass sie das Portal zur Magierwelt ein wenig versteckt haben. Bei der originalen Welt von EA sieht man es ja gleich auf einen Blick. Aber hier muss man es eben ein wenig suchen. Und das finde ich für ein geheimes Portal um einiges passender. Von Britechester, Evergreen Harbor und Mount Comoravy gibt es noch keine neue Version. Dafür aber von Hanford & Bagley. Das ist Hanford & Bagley vorher. Diese Welt kommt mit Landhausleben. Und hier haben wir jetzt Hanford & Bagley. Hanford & Bagley ist meine zweite Lieblingswelt in die Sims 4. Also neben San Myshuno, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Und auch hieran liebe ich einfach alles. Abgesehen von den ganzen Details finde ich es auch noch super, dass sie die Perspektive irgendwie ein wenig geändert haben. Also der Weg hier von Finchwick nach Bramblewood sieht einfach viel, viel weiter aus. Und dadurch wirken die Grundstücke hier oben meiner Meinung nach noch einmal um einiges abgelegener als im Original von EA. Und sogar von Tartosa gibt es schon eine überarbeitete Welt. Aber ja, das Erweiterungspack habe ich leider noch nicht. Und das war es jetzt auch schon mit den überarbeiteten Weltkarten. Wie gesagt, meine Lieblingswelten sind San Myshuno und Hanford & Bagley. Aber was ist eigentlich deine Lieblingswelt und warum? Lass es mir doch in den Kommentaren da. Ich bin gespannt. Wie euch sicher aufgefallen ist, die Welten überschneiden sich bei den Creatern ein wenig. Also ich weiß selber noch nicht genau, welche ich jetzt in meinem Spiel lassen werde und welche nicht. Ich denke aber früher oder später werde ich nur noch die neueren Versionen nutzen. Also nur noch die vom zweiten Creator. Einfach weil diese regelmäßig geupdatet werden und ich keine Probleme in meinem Spiel haben möchte. Also ja, bleibt beim zweiten Creator auf jeden Fall am Laufenden. Ich bin mir sicher, in den nächsten Monaten gibt es von jeder Welt eine neue Version. Dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo, über jedes Kommentar. Ich bin ganz neu bei YouTube und ich kann genau deinen Support wirklich brauchen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!